Servus. Ja. Ah, gleich mal den Lappi. Er ist ja auch schon gestartet. Warte, noch mal Kopf penetrieren. So. Wenn Mathematiker dir was erklären wollen, dann ist deren Intention offenbar öfters an die mehrere Stelle nicht, dass sie am verständlichsten rüberkommen, sondern dass für andere, sondern am verständlichen rüberkommt für sie zählt. Und das ist das große Problem. Oh, du bist da. Nach dem Gebäude also. Die Waffe, die du gerade verrat hast, Schwaki, die ist relativ gut, um Gegner, bevor sie dich entdecken, zu eliminieren. Nutzt das auch so häufig, wie es geht, wenn du Probleme hast. Und das ist vielleicht tryb. Uhh, recht zu ihm. Absurd. Toc. Kminnen. Okay. Ja, das ist blöd zum Reinkommen bei dieser Stelle, muss ich schon sagen. Weil das Gelände schwierig ist. Also nicht wundern, dieses Geräusch ist gerade in der Bäckertüte, mit Brezeln. Lidl-Brezeln, bäh. Weil das mir immer noch nicht so gut geht, habe ich heute beim Lernen gemerkt. Hm, scheint tot. Richtig ist, wenn es eskaliert, unbedingt in Deckung sein. So schnell wie geht. Nicht in ein Eck, wo du nicht mehr rauskommst, sondern hinter der Säule oder irgendwo irgendwas dazwischen bringen. Zwischen Angreifer und dir. Solltest du ewig an der Stelle nicht weiterkommen. Und ich sollte dir nicht helfen können. Und wer schießt da draußen, meine Waffe. Ja, dann bring dich in Stellung, warte mal ab, ob wer kommt. Das nennt man taktisches Warten. Oder umgangssprachlich Camp. Mache ich öfters. Wenn du der Meinung bist, der kommt von alleine nicht. Lauf zu ihm hin. Aber ich meine, ich glaube, ich weiß, wo das sich abspielt. Das spielt sich ab, wo der Panzer war, wenn du dich erinnerst. Und ich bin gerade gestorben. Und ich bin gerade gestorben. Genau, da gewesen. Hast du es gesehen, wo die Angreifer waren? Nein, ging zu schnell. Ja. Na gut, zur Not würde ich sagen, sterbt nochmal, um herauszufinden, wo die stehen. Weil das ist, das ist wichtig. Weil dann kannst du es einschätzen. Deiner Stelle würde ich sie versuchen zu locken. Und in einen Hinterhalt locken. Weil sie so, dass sie dich bemerken, dann laufen sie zu dir hin und dann kannst sie guten Charme machen. Sind also homing-Geschossen oder wie? Äh, linke Maustaste sind homing. Rechte Maustaste sind keine. Rechte Maustaste bleibt sie besser gedrückt, weil da... Weil das ist auf Schnellschluss ausgelegt. Rechte Maustaste sind... Hat nicht so eine hohe Feuerrate? Ist aber homing. Ach, das war der Panzer, der mich gerade gekillt hat. Okay. Panzer. Oh, das war scheiß. Äh, hast du was? Wenn du schnell bist, kannst du den damit ausschalten. Ich glaube, du hast den Schaden gemacht. Oh, das Ding schießt so schnell. Hm. Der Raketenwerfer funktioniert so, du wusstest... Der... Das hat ja so einen roten Punkt, so ein... Laser-Pointer. Die Rakete folgt... Folgt dem Laser-Pointer. Also da, wo der Punkt fliegt, die Rakete hin. Wenn du natürlich dann auf der Wand ziehst... Oder auf etwas, was in deiner Nähe ist, kann es sein, dass sie zurückspielen. Und ver��니다. Wolut. Das hat sofort geführt, blut vorgeschrittenne Spieler machen ziemlich... Ziemliche Akkubatiker, das ich... So, fordert, ziemliche Räumten! hohes räumliches Sehen. Ja, das ist das MG, das so mies ist. Sonst könntest du wunderbar dich am Eck positionieren. Schau kurz mal, wie ich das gemacht habe. Schau. Was ist dein MGs drin? Oh, hast du ihn eliminiert? Nein. Okay. Das macht dem Panzer überhaupt keinen Schaden. Dann macht ihm das irgendwie Schaden. Schwer zu sagen. Ich habe jedenfalls noch so ein Teil, was man an die Wand heften kann. Hast du so eine Lasermine, das ist eher schlecht, dann müsstest du an ihm das platzieren. Inwiefern an ihm? Mit deiner Maustaste. Ja. Das heißt, es ist nicht empfehlen. Ich empfehlen. Oder habe ich es jetzt ausgelöst? Wenn es bumm macht, dann hat es funktioniert. Es ist anscheinend nicht ausgelöst. Ich tippe mich immer. Hä? Ja. Die Rakete? Ja. Das muss auch der Rakete gemäß für sein Mörster. Ja. 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 Sowas. Ja. Schwierig. Bis ich die Stelle gefunden habe. Was ist das? Das war das mit der Steuerung, wo der mir hinterher rennt? Also doch, dieses St sum. Es ist schwierig mit der Mine, aber ich glaube, das ist machbar. Nur vor dem Dreivierteljahr schon. Damals war ich noch richtig jung und knack. Okay. Ah, ne, ich glaube, das funktioniert nicht. Okay. Da habe ich den Striper gekillt, jetzt bin ich bei der selben Stelle. Ich habe ihn zuerst. Ich hoffe, du musst den Panzer nicht. Nein, ich habe ihn mit der Knarre ab... Ich habe ihn mit der Pistole gemacht. Du kannst dich tatsächlich positionieren. Oder macht es wirklich Schaden? Tatsächlich! Positioniert sich am Eck. Aber es ist komisch, dass du dich dann abknallen kannst. Bei mir hat er nicht... Wer hat einen MG? Das darfst du dich sehen. Du musst quasi den Ober- und Turm angreifen. Das heißt, wenn du die Pistole einen Schaden macht, müsste an sich auch diese Homing-Waffe in Plan machen. Problem ist halt, die Homing-Waffe müsste in der Nähe sein. Du kannst auch neben dem Panzer stehen dabei. Mach ich mit der Pistole. Wenn du neben dem Panzer stehst. Nichtig ist, dass der Turm kaputt geht. Okay, das sieht nicht danach aus, dass er eine Alien-Waffe Schaden machen könnte. Und ich würde auch ein bisschen in Entfernung zum Panzer bauen. Weil der explodiert. Okay, er ist tot. Okay, perfekt. Und ich leide auch. Wo geh ich? Ich dachte, der macht dir Schaden. Jetzt kommst du... Soldat in der Saal? Nein. Es ging wieder mal zu schnell. Ich bin dran. Okay. Bevor du weiter gehst, such die Gegend ab, ob es da nicht noch Heilung rumliegt. Okay. Ich hatte zum Beispiel noch Kisten. Kisten hast du offenbar oben schon kaputt gemacht? Vielleicht unten, wenn du zurückläufst. Ich meine, da dürfte kein Gegner mehr sein. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheißgranaten! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich glaube ich hab's gesehen ja da musst du weiter dann kommen große Kaliber und ein Hubschrauber das darfst du dich schon mal freuen den Hubschrauber sofort abschießen mit Raketenwerfer und sowas das ist da wo dieser komische Turm ist mit dem Sonarteil oder was das ist mit der Radiostation oder was das ist das ganze spielt in New Mexico in der USA und große Aliens kommen was hab ich denn da gemacht also nicht auf den Heli warten wenn du dort bist sondern in Deckung gehen so mal die oben war ich ja schon mal glaube ich ich würde auf jeden Fall aufs Gelände gehen und dann gleich wieder zurück in Deckung wo du herkommst und da warten und auch am besten an der Wand vor dem Eingang vor dem Ausgang auf dem Platz so eine Vide platzieren da kommen nämlich diese großen Alien kritisch medizinischen Versorgung nötig Das war's. Ich denke mal, das war nicht der Helium, du meinst es. Doch. Ja, gut, Senkrechtstarter. Du kannst abwarten, die Aliens killen die Soldaten. Ähm, gut, da gibt's was an der... Da, wo das Gitter ist, da hab ich mich dahinter versteckt. Renn dahinter. Das hat funktioniert. Aber sobald der große Kerl kommt, äh, der große Alienkerl, musst du wegrennen. Das Gitter, die soll da am besten im Schatten bleiben. Nein, ich sag, zum Schaffelfahrt, sondern... Genau. Und sobald er kommt, wegrennen. Äh, auch wie es so geht. Und sobald er sagt, dass es random ist. Ich mach das jetzt anders. Also das Alien sollte dich halt nicht sehen und die Soldaten auch nicht so knapp wie möglich an diesem No-Smoking-Shirt stehen. Dann hörst du, wie es geballerlos geht. Ich hör's, ja. Oder da, wo du stehst, ist eigentlich auch ganz gut. Dann würde ich halt auch beim Ausgang so... Wohin dann? Hm? Wohin dann? Danach? Danach würde ich safen. Weil danach kommen noch ein paar größere Aliens. Muss dich umschauen, muss das Gelände leeren. Das Gelände ist voller Fein, voller Starker. Spawnt der neue? Hm, eigentlich nicht. Oder? Da kam gerade vielleicht heraus. Da unten ist noch einer, da ist so ne... Da ist so ein Geschütz, das wird aber nicht auf dich schießen. In der Nähe. Ich glaub, ich hab ihn abgeschossen. Ja, ich hab da auch weitere Soldaten ab... Ja, ich muss den Club abschießen. Ja, ich muss den Club abschießen. Ja, ich muss den Club abschießen. Ja, ich hab ihn angegriffen zumindest. Fiege ich den Club abschießen. Ja, du musst ihn abschießen. Ja, du musst ihn abschießen. Ja, ich muss ihn abschießen. Ich bin ein paar Jahre alt. Dann habe ich den Club abschießen. Ja, ich bin ein paar... Ja, ich bin eine kleine Schütz. Was vermutlich nicht so... Ja, ich bin ein paar Jahre alt. Ja, ich bin ein paar Jahre alt. Das war's. Das war's. Das heißt, wenn du auf den Boden oder an eine Wand schießt und ein Gegner in der Nähe ist, dann fallen die den Gegner an. Das heißt, das ist in einem Anflugstechnik. Gut gegen die großen Viecher ist Shotgun. Gegen die großen Aliens. Deine Shotgun ist... Ja, ich muss noch really konzentrieren. Ach, scheiße. Gut, irgendwann mal... Wenn du mehr per Shooter-Erfahrung hast, wirst du solche Sachen sehen. Das, was aufkommt, dann wirst du dich direkt vorbereiten können. Und in den meisten Fällen passiert dann auch. Das kündigt sich immer in solchen Videospielen an, dass was Größeres kommt. Das verrät dir das Level-Design. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Es war aber klar. Es war aber klar, dass sie das hören. Ach, der Laser reicht nicht. Die Soldaten, die unten stehen, also den Laser können sie nicht hören. Aber bevor du irgendwie was mit Sturmgewehr oder Raketenwerfer machst, was die hören, solltest du die Rechte dividieren mit einem Schlag. Das kann eine Granate sein, das kann... Oh, das kann Raketenwerfer sein. Natürlich, ich hab nur zwei Raketen. Hm. Hast du nicht noch deine Armbrust? Die ist gut für... ...Stellflug. Okay, dann kommt noch so ein Alienvieh. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, das untere Alienvieh habe ich zum Beispiel mit der Shotgun damals gekillt. Du kannst es auch zum Geschütze hin und es abschießen. Hast du das Geschütze bei dem Alienvieh gesehen? Ich hab's gesehen, da wollte ich auch gerade hin. Aber da wurde wirklich Geh raus zu dürfen! Und gleich rein. Wieso komm ich da nicht, oh, wieso komm ich da nicht rauf? An der Seite sind Kisten, Spacki. Ich hab's gesehen, aber ich komm nicht rauf auf die scheiß Kisten. Achso, du musst springen und ducken. Du musst im Sprung ducken. Ich weiß, es ist behindert. Das ist echt behindert. Das ist total dämlich. Aber aus irgendwelchen Gründen kommst du höher, wenn du im höchsten Punkt der Sprung duckst. Keine Ahnung, weswegen man das so etabliert hat. Ach, Mist. Oh, Mist. Das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. Ja, so langsam. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wie Du merkst, hast, hat das Teil Rückstoß. damit ist der speedrunner dass ich was hat mich denn jetzt getötet lot warte fahrt habe ich auch gerade nicht gesehen ja 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 jawoll Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich bin gleich wieder da. 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 So, ich bin gleich wieder da. 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 Ich bin gleich wieder da, okay. Ich bin gleich wieder da. danach kommt noch mehr aber kleinere die mitte blitzen und da steht ein gefechtsturm dann im darfst aber dann nicht benutzen weil du sonst schaden tanken muss der ist jeglich positioniert ich bin zu ammarsch du Das war's! Dann müssen wir spawnen wieder ständig oder was ist da los? Ja, die halten sich da erst mal wacker, die spawnen aber sind nicht unendlich viele, genau das Eck da ist sehr gut, mit der Shotgun sind die gut eliminierbar. Ja, da schmeckt es an einem Moment, Shotgun auch. Okay, da. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Was ist denn? Was ist denn das schon wieder? Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ist meine healing station endlich mal wieder boah alter fickt euch doch so 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 Soll ich noch ein bisschen. Ja. Das war's für heute. Okay, einfach nur auf das Tor zu halten. Ach so. Jetzt noch Triggern. Okay. 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 Was ist das? Und du musst dich hochfahren und äh... Ja, ich hab grad einen Save-Splot gefunden. Nein. Ich hoffe mal, das waren jetzt alle. Okay, das klingt nicht nach dem letzten... Ja. Oh, natürlich. Er stirbt gleich mit. Okay. 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 Das war's für heute. So, jetzt kann ich die schon mal loswerden. Ah, oder mach ich einen geschützten Safe? Kannst du auch einen Safe machen? Was war da? Ja. Oh, fuck. Noch ein Tank? Ja. Das war ein Schaden. Ist es ein Tank oder ist es keiner? Also mit der Knarre habe ich einen Panzer ausschalten können. Das ist ein Tank, aber... der steckt in der Wand fest. Ach so, der legt so riesig. Okay, das war jetzt nicht ganz so schlau. Oh. Wow. Oh, 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 oh. Vorhin hat es doch sauber funktioniert, mit der Zielereihe. So wahrscheinlich. Was mache ich gegen euch, Tauntoni? Natürlich, macht mir meine eigene Waffe schaden. Ja, das sind die Käfer. Die sind scheiße. Nutzt die nicht ein, wenn keine Gegner in deinem Knie sind, schmacken. Ich habe sie, als ich das herausgefunden habe, erstmal alle losgeworden. Beziehungsweise nicht mehr genutzt die war. Aber ich habe sie nicht mehr genutzt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Heilpunkt Das geht besser Das geht besser Das geht besser Okay, mit dem Homingwechsel, Daten ganz kurz Okay Okay Okay, die Blitz-Aliens sind okay Den habe ich kein Problem Zumindest noch nicht Das ist natürlich jetzt auch wunderbarer Fallschaden Das war ausgezeichnet davon Vor allem durch Kisten Was ist das für ein Schwachsinn Okay, ein größeres Gebäude Ja, das ist schon wieder so ein Trampolin Ja, das Gebäude musst du rein Da wirst du ziemlich deinen Spaß haben Das soll das am Anfang Was ist das für ein Schwachsinn? Was ist das für ein Schwachsinn? Was ist das für ein Schwachsinn? Gut, dass ich für solche Ecken die Laser-Minen noch habe Die sind auch ziemlich Big Mac Davis Und ja, ich habe mir ein bisschen die Playlist von dem Mantel geschaut Dann hätte ich diese Homing-Waffen nicht gefunden Ich wäre so am Arsch gewesen Dito Wobei ich dann zum Schluss den Boss Ja, gut, kann man Den Boss kann man mit der Waffe machen Aber ich Habe ich dann irgendwann mal runtergegeben Ja, weiß ich gar nicht mehr Lass ich noch mal schauen Ich bin schon mal weitergekommen Das ist schon mal ein Fortschritt Bevor du in das Gebäude reingehst Du kommst übers Dach in das Gebäude rein Looten Würde ich dir raten, ein Safe zu machen Okay Du wirst danach dankbar sein Sobald du auf dem Dach von dem Gebäude da drüben bist Ach, da oben ist noch so ein Mistvieh Das ist dann wie dumm da oben Ja, greift mich nicht an Habe ich kein Problem mit Es gibt immer dumme Leute Entschuldigung Entschuldigung Okay, der Typ ist wirklich dumm da Aber ich würde nicht sagen, dass er sich nicht verteidigen kann Irgendwann man merkt das Ich habe gerade gemerkt Dass er es gemerkt hat Der Typ war ja auch noch da Weil Trotzdem ziemlich dummes Alien gewesen Oh Also so nach dem gebiet habe ich stimmte und so da will dass ich dann im nächsten stream bei mir danach und wenn der stream bei mir schon heißt super seien alien viecher dann weißt du was auf dich zukommt dann kannst du dir denken was das für viel hier sind das sind diese fliegenden ekelhaften alien das geboren hier war munition ich mache auf dem dach mal ein save ja bevor du in das gebäude von oben reingehst ja auf dem dach ein save auf jeden fall und das was ich dann abspielt aber ich würde das versuchen dieses gebäude ohne save zu machen erst nach dem gebäude wieder ok textur ein bisschen kaputt da oben oh ja ja springen und drucken danke du arschloch aber du hast es schon fast richtig gemacht Maki ja da hat mich auch gekillt dieser demlack ich krieg unter wass ja du musst aufpassen wo du unter wasser bist ich muss mich also drucken unter wasser also es ist anscheinend wie so ne alte personengranate oder irgendwie mal keine ahnung was da passiert okay okay gut da muss ich das machen also oh du brauchst das gar nicht auf dem du brauchst das gar nicht auf dem dach safen okay ja versuch zwar ohne selbst jetzt wieder weiter die nächste sagen sie sowieso mehr köpfchen kann man sagen also die sehen nach dem gebäude sind ja mit köpfchen verbunden da musst du dann aufpassen da ist doch den raum habe ich erstmal mit einer granate habe ich darunter und einen anderen letzten eliminieren weiß doch da bin ich dem hinterher dann geht es erst mal dreimal im kreis wegen dem bis er gewalt hat stehen zu bleiben hat er auf die fresse bekommen hat er auf die fresse bekommen warte bis sie hin Ich weiß gar nicht, ich war Wolfs, äh, da schärft er schon im Hard-Mod? Ich glaube nein. Dann ist es nur noch sein Charakter, dann ist es gar nicht mehr so kompliziert. Gut, dass ich das heute Nacht schon gemacht habe. Psst, pssst, pssst. Psst, pssst, pssst, pssst. Psst, pssst. Psst, pssst. Ich glaube dieses Black Mesa ist jedenfalls ein Teil von Half-Life, sah zumindest so aus. Inkubus hieß das, glaube ich, oder so. Ich finde so die Story an sich schon irgendwo interessant. Aber das Beste finde ich halt immer noch so, dass Level-Design, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Kino, die Grafik ist nice, und der In-Game-Sound. Natürlich hat es auch manchmal so seine Momente, wo es abkackt. Wie zum Beispiel bei den Käfern. Boah. Bin ich wirklich auch direkt bei denen. Ach, fuck, der mit seiner scheiß Granate. Da ist doch selber Granaten. Ich habe mich gewundert, wie Big Mac Davis mit Granaten um sich geworfen hat, als gäbe es kein Bomben mehr. Wie soll ich das, weil da mit Headcrubs... Wie soll ich das, weil da mit Headcrubs... primerischer Okay, ich komm' ja dann gleich wieder zurück. weil, ne ich halt mich lieber jetzt jetzt komm ich da doch nicht mehr rein aber ich denke mal es gibt Checkpoints in diesem Gebäude ja das Gebäude ist jetzt auch nicht so lange nach dem Gebäude würde ich an deiner Stelle sein da gab es eine stelle was heißt wie es da kann was wieses passieren und das ist mir halt vorgefahren habe ich mich dumm und ähnlich geehrt weil da habe ich mich eingeklutscht denn ich kam quasi sie nicht mehr vorbei an so einem officer muss den abknallen und stattdessen nämlich ab ich ihn abknallen konnte hat er nicht so wie die dafür habe ich das Leben beendet weil es mir gereicht hat und weil auch das Team schon lange genug war Dafür hat er dann beim nächsten Stream eine Granate in die Fresse bekommen Okay, jetzt lass ich an der Stelle mit der Waffe lieber Das muss ich anders lösen Kuss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Raum ist ja kein Problem, das kann ich doch locker so lösen Den Homing-Dingern Boah, sag mal, warum blockiert der immer mich? Oh, ich bin gleich am Verrecken! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im Grunde sind's doch noch Grillen, ja, stimmt, Wolf Wer kann denn wissen, dass der Typ wieder plötzlich auftaucht? Ah ja, ich weiß, es ist ein Unterschied zwischen Normal-Mode und Half-Mode in dem Spiel Können diese Homing-Geschossen mal gescheit treppen? Und zwar der Unterschied zwischen Hard-Mode und Normal-Mode Und zwar der Unterschied zwischen Hard-Mode und Normal-Mode Und zwar der Unterschied zwischen Hard-Mode und Half-Mode und Half-Mode und Half-Mode und Half-Mode und Half-Mode und Half-Mode sind die Gegner mehr schaden, aber nicht mehr Sie machen mehr Schaden und sie halten mehr aus. Und zudem fängt Half-Life ein, baut auf der Quake Engine, also nicht direkt die Quake Engine, sondern eine modifizierte Quake Engine. Okay. Pfui, irgendwas ist hier schon ziemlich lang tot. Ich sollte mein Lappi aufladen. Ach, jetzt ist das Ladegerät auf dem anderen Zimmer. Sind gleich wieder da? Ja. Hier war noch einer gerade. Ja. 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 Schau ab, Kumpel! Schau ab, Kumpel! Schau ab, Kumpel! Was ist das für ein kryptischer Scheiß? Was ist das für ein kryptischer Scheiß? Schau ab, Kumpel! 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 Schau ab, Kumpel, Schau ab, Kumpel! Er wehrt sich natürlich, so wie jeder Wachmann, wenn du ihn angreifst. Was meinst du, weswegen ich ihn am Ende mit der Granate penetriert habe, den da draußen am Schalter? War das schon draußen? Er war noch nicht draußen, nein. Okay. Ach, der weiß ich wen. Er war noch drinnen im Raum. Der weiß ich wen du meinst, aber die musst du wirklich leben lassen. Der muss den Schalter öffnen. Wenn den halt einmal getroffen hast, ist halt... Scheiße. Ja. Erst vor allem eliminieren und dann rufen. Sobald die Türe offen ist, kratzbar, was dir gefällt mit ihm. Ja, da hat man was... Uh, was ist das für ein Gestank und so weiter? So, greift er mich jetzt an? Normalfall greift er dich nicht an. Okay, danke. Roten sind auch Gegner, Schmacki. Ja, ich weiß, dass er so ein Idiot, der da rumhockt. Ja, ich weiß, dass er so ein Idiot, der da rumhockt. Das ist interessant, dass das Homing hier nicht funktioniert. Das Homing funktioniert nur, wenn sie irgendwo in der Nähe an der Wand treffen. Da fliegen sie eigentlich zum Gegner oder eine Oberfläche halt treffen. Muss man ein bisschen graus haben. Muss man sich ein bisschen reinfühlen. Ansonsten kannst du ihn mit der Armbrust one-shotten. Wenn ich das im Hard-Mode kann, dann kannst du das im Normal-Mode. Ich hab ihn schon so getötet. Okay, dann ist er gut. Gut bemerkt mit der Granate. Das wär's schon wieder gewesen sonst. Okay, ich werde Deckung geben. Das ist ja nicht, dass du mit Deckung gibst. Irgendwann muss sich das Blatt ja mal wenden. Ja, dieser... Es stinkt nach einem Hinterhalt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellanen. Dieser Bichel da. Hier stinkt alles nach Hinterhalt, Freundchen. So, und auf der Tür solltest du aufpassen. Wenn du draußen bist. Jetzt bin ich im Grunde schon draußen. Ist das safe oder wo meinst du denn? Ja, safe. Ich meine, da kam noch was. Ein paar Alien. Nicht, dass die dir noch das Ganze zunichte machen. Wenn ich sagen muss, gegen die hab ich nichts mittlerweile, gegen diese Bitz-Viecher. Gehen eigentlich. Ja, weil die ewig lange brauchen, um anzugreifen. Ja. Die Soldaten sind schlimmer. Moment mal, jetzt bin ich doch wieder... Wo ist denn der Wachmann jetzt schon hier hin? Der wartet doch beim Schalter, aber erstmal alles eliminieren. Der darf nicht sterben. Der muss jetzt draußen als Schalter aktivieren. Du bist da nie vorbeigelaufen. Ja, ich weiß. Ich hab dir grad gesehen. Na, ich glaub die Luft ist rein. Ja. Ist die auch. Stimmt, die Meldung. Ich erinnere mich. Die kam aber erst, als ich tot war. Sobald er den Knopf gedrückt hat, kannst du ihn umbringen. Ja, er hat es verdient. Also, sobald er die nächste Tür aufhört. Okay, bevor es gleich zu Castle Crashers geht, noch nehmen zum nächsten Checkpoint. Hm, der Checkpoint ist direkt danach. Okay, das trifft sehr gut. Aber kannst du auch zur Not safe, ne? Also, jetzt kann ich mich quasi killen. Warte, warte, warte. Erst wird die Tür offen. Ich darf hier geben den Typ. Ja, prägegen uns. Aber du musst trell sein, wer hat sich gleich. Okay, ich bin zufrieden. Ich bin wieder. Spielefortstellung. Ich auch. Und dann geht es gleich bei Castle Crashers weiter. Und dieses Mal bei Half-Life darfst du Mäuschen spielen beim großen Vieh. Auf jeden Fall, ja, bis gleich. Bei Castle Crashers. Da crush die Kase. Nein, bis gleich. Nie. Na dann!